hallo und herzlich willkommen zum nächsten teil unserer deadzone themenwoche heute will ich euch mal zeigen wie ihr schnell und einfach ein geländestück bemalen könnt stellt euch folgendes vor ihr habt das deadzone starter set jetzt gerade nach hause bekommen und wollte direkt loslegen habt keine airbrush im schlimmsten fall und wollte aber trotzdem irgendwie halbwegs vernünftiges geländer auf die platte bringen und das möglichst schnell natürlich also was machen wir wir nehmen uns schwarze sprühe und die rung und weiße sprühe und die rung unternehmen wir uns noch drei vier akrylfarben dazu die jeder zu hause haben sollte ein blister schwamm ein kleinen handschuh und ein bisschen maskierband und schon geht's los und wie das ganze funktioniert zeige ich jetzt wir beginnen damit das modell schwarz von allen seiten zu grundieren nachdem die schwarze grundierung getrocknet ist nehmen wir eine zweite weiße grundierung und grundieren erst von oben und dann schräg von oben auch hier wieder von allen seiten das ergebnis sieht dann so aus das dach des gebäudes ist sehr weiß und an den seiten seht ihr die schwarzen vertiefungen wir nehmen jetzt etwas maskierband und kleben die punkte ab die wir nachher auftupfen wollen mit einer kontrastfarbe wollen wir diese sachen dann erhellen nachdem alle bereiche abgeklebt sind nehmen wir ein stück blister schwamm und reißen eine kleine ecke diese ecke werden wir gleich zum tupfen benutzen achtung zieht besser einen handschuh an ich beginne mit ultramarine blue für die highlights ich nehme etwas blau auf meine palette und tupfe dann den schwamm einmal kurz ein und tupfe dann so ähnlich wie beim trockenbürsten das meiste aus dem schwamm auf einem küchentuch wieder aus nachdem ich fast alles ausgetupft habe fange ich an auf dem modell die farbe aufzutupfen wichtig ist tupfen nicht wischen wir haben blaue streifen in wie aus das maskierband wurde jetzt abgezogen und wir sehen an einigen stellen hat sich die grundierung gelöst das ist gar nicht schlimm das werden wir für die verwitterungseffekte als grundlage benutzen bevor wir mit den auftupfen der effekte starten malen wir jetzt erst noch alle die teile an die silber sein soll ich nehme die hydraulik pressen und natürlich die ganzen stäbe und stangen die aus dem modell herauskommen ein letzter schritt noch die vertiefung des modells werde ich mit dem schwamm nicht erreichen deswegen mal ich die in einem dunkelgrau mit einem pinsel vor alles ist getrocknet und das modell sieht jetzt so aus schwarze vertiefungen und silberne stangen und hydraulik pressen jetzt nehmen wir wieder unseren schwamm hervor und tupfen mit dem selben dunkelgrau mit dem wir die vertiefungen gemalt haben ein paar verbrennungseffekte auf dafür nehmen wir einfach die bereiche rund um die beschädigung des modells und tupfen großzügig aus hier können wir ein bisschen ziehen zumindest nach oben um ein paar schwarze spuren darzustellen das dunkelgrau ist aufgetupft und das modell sieht ungefähr so aus wir nehmen jetzt einen silberton und tupfen dann wieder mit unserem blisterschwamm ein paar highlights auf die dunklen stellen die silbernen highlights sind fertig und dem modell fehlt jetzt noch etwas kontrast ich nehme ein sehr sehr kräftiges orange und tupfe großflächig rostflecken kopf das ganze ist durchaus gewollt etwas übertrieben weil es dem modell am ende sehr viel kontrast verleiht das ganze modell sieht jetzt so aus praktisch fertig für den spieltisch der nächste schritt ist komplett optional ich nehme ein wash und schmiere das überall dahin wo ich ein paar öl und schmutzflecken haben möchte bei dem ganzen effekt blieb man nachher nicht sehr viel deswegen überlegt euch wirklich ob ihr das machen wollt oder nicht auf dem spielfeld bleibt davon ein sehr wenig über das wash ist getrocknet und das ganze modell ist fertig auf diese art und weise bekommen wir sehr sehr schnell die komplette starter box oder etwa die erweiterung die wir gekauft haben fertig und nichts steht einem schönen spiel mehr im wege das kommt